Ja, ich hab's ins Gesicht bekommen. Boom. Scheiße! Ah! Dieses Drecksfeuer. Das ist so ein scheiß Drecksfeuer. Äh, ja. So ungefähr. Ja, ich brauch nur ein bisschen Cobblestone, und dann komm ich da wieder hin, wo ich eben war, und dann hol ich mein Zeugs. Das macht man nämlich so, dass man nicht in der Labe verreckt. Let's get. So, ich hoffe, dass jetzt etwas mehr FPS sind. Man muss hier nur der Spur des Dings folgen. Hey, Ghast, du kannst mich mal. Sonst wo. Ich geh jetzt mal sicherheitshalber möglichst schnell. Da meine ich mich jetzt mal hinter einem Vorhang vor. Soll ich dir den Drill wiedergeben? Ah, vielleicht hätte ich, äh, Dings mitnehmen sollen. Tausend mal, ja? Wow. Ja. Ich hab schon wieder Lags. Warum lag denn Heather immer so? Oh, ne Ahnung. Aber ich hatte auch so ein paar FPS-Probleme da. Oh. Keine Lags, aber es war nicht ganz so stabil wie in der Overworld. Nicht ganz so stabil heißt bei mir fünf, äh, heißt bei mir fünf Frames. Dementsprechend bin ich natürlich jetzt eben auch abgestürzt. Aber, äh, weil er mich in Ghast getroffen hat, weil ich seit zwei Minuten nichts mehr Neues hat platzieren können. Ah, ja. Aber diesmal hab ich mich hinter meinem alten Steinwall hoch gemeint. Scheiße. Leck mich! Ich hab keinen Bock mehr auf diesen scheiß Nether. Wir skippen den Nether. Wir werden mehr Gold farmen. Das will ich sehen, dass du mal eben so ein paar Sechs-Gold farmst. Ja, aber ich kann im Nether nicht um... Ich kann im Nether nicht sein. Das wird ein weiter Weg. Ja, wenn er es sehen will. Okay. Okay, stimmt. Stimmt, der hat einen langen Weg vor sich. Nö, aber ich... Das bringt so nichts. Also... Im Nether kann ich nicht spielen. Das habe ich zu schlechte Frames. So, ich bin dann mal mit einer Steinspitzhacke am bedienen. Äh, Eisenspitzhacke. Nicht Stein. Ganz so weit ist es dann doch noch nicht. Holzhacke? Ah, ja, genau. Holzhacke, genau. Nö, Kabelstern haben wir noch genug. Halt, ich sollte ein bisschen Fleisch mitnehmen. Wir haben zwar nicht mehr so arg viel. Und Fackeln nehme ich natürlich noch mit. Sechs Stück. Ja, ich glaube, da muss ich ein paar mehr machen noch. Vielleicht erst ein paar Sticks. So, und damit bin ich doch schon fast so gut ausgestattet, wie ich es sein muss, um Diamant zu farmen. Oh, ja. Nö, solange ich diese FPS-Einbrüche im Nether nicht gefixt kriege, kann ich das vergessen. Aber, damit habe ich übrigens auch meine Todesserie wieder. Okay. Nö, im Netherfarm muss jemanden machen, der da noch Frames hat, dass man sich bewegen kann. Ja, und jemand, der nicht irgendwie von Schweine-Zombies verfolgt wird. Außerdem, es war mal so, sobald man von Schweine-Zombie getötet wurde, sind die nicht mehr aggressiv. Das ist aber schon lange nicht mehr. In Fibibis gab es das auch schon nicht mehr. Hier komme ich nicht runter. Also zumindest wüsste ich jetzt das nicht mehr. Gut, dass man für Equivalent Exchange ja nur vier Glowstone braucht. Stefan, geh mal Glowstone fahren. Ich. Gerade ich. Weil du dein einzigster bist, der das machen kann. Aha. Weil ich habe im Nether keine Möglichkeit aufzunehmen, oder nicht aufzunehmen, zu bleiben. Ansonsten kann man ja mal eine Ausnahme zu unserer Regelung machen. Dann werden halt neun Diamanten geopfert für einen Energy-Kollektor. Und dann wird auf die Art Glowstone besorgt. Das stimmt. Vier davon. Vier davon. Egal. Acht davon. Acht, sagte ich. Warum sind hier zwei Kohle in der Random-Junk-Kiste? Äh, normale Kohle sollte da überhaupt nicht drin sein. In der Random-Junk-Kiste. Ist aber. Ähm, dann habe ich ihm da einen Fehler gemacht. Kannst du mal schauen, ob er im Sortiersystem dann Kohle oder Holzkohle steckt? Nee, ich meine hier in unserem Lagerraum. Aus dem Lagerraum? Weiß ich nicht. Da kann es sein. Nein, hier ist nur Kohlenstaub drin. Das hätte mich nämlich sonst gewundert auch. Und Holzkohle. Der Holzkohle ist akzeptabel, aber das wundert mich nämlich mit dem Dings. So. Haben wir Smooth-Zone irgendwo da. Eventuell müsste noch irgendwo was rumliegen. Gefunden. So, dann zwei Eisenbahnen. So, ich bin wieder ausgestattet mit dem Equipment, das ich vorher hatte. Ich bin ja froh, wenn wir die, wenn die absolute Random-Junk-Kiste mal nicht mehr notwendig ist, sondern wir ein richtiges Sortiersystem haben. Aber im Endeffekt schon. Ach, jetzt habe ich die Chests vergessen zu kräften. Kann vorkommen. Immerhin lasse ich jetzt keine Kohle mehr liegen. Wir brauchen die Diamanten. 63 habe ich schon. Also ich habe einen knappen Diamanten schon gefarmt. Mhm. Oder erst. Ein Digus-Backpack Und ein Miners-Backpack. Wieso hast du das eigentlich mit dem Nether geschleppt, das ganze Zeugs? Das war gar nicht viel. Ich habe ja den größten Teil schon vorher entsorgt. Wum. Platsch. Bäm. Und schon bin ich unten. Und so ein schönes Steak. Warum brauche ich nicht das? Wir brauchen alle Materialien, die wir kriegen können. Ich gehe auch noch mal nach unten zum Rohstoffbefahren. Ja. Wir brauchen jetzt ein bisschen was. Vielleicht finde ich ja ein paar Diamanten. Das klang jetzt nicht richtig. Du weißt doch was, dass es so geht. Oder so. Genau. So, Nikolai. Ich glaube aber, dass ich Nikolai nicht mehr fahren brauche. Warum gehe ich jetzt ohne Fackeln hier runter? Ja. Das wäre mir auch was passiert. Dann habe ich gedacht, Moment, das überlasse ich dir. Ah. Okay, ich sehe. Stefan, bist du zu Hause? Ja, gleich. Wieso? Ja, nee. Wenn du gerade im Haus wärst, dachte ich, ich könnte es mir schon mal Fackeln machen. Dass ich den nur abholen muss. Kann ich machen. Hm, da drüben ist was. Da drüben ist ein Zombie. Aber der kümmert mich nicht. Zombie? Ja. Zombie. Muss ich ihm gleich mal eine PN schreiben. Hm? Mhm. Was machst du da? Holzcoole wegschmeißen? Es geht viel schneller, als wenn ich alles einzeln wieder rausnehmen würde. Wo ist denn... Ich hatte doch hier. Hm? Ja, machst du gut. Was sammelst du, Dionni, auf? Ich stand drei Meter weit weg und habe gerade nach meiner Getränkeflasche geangelt. Na, sorry. Jetzt ist auf einmal das Trinken wieder während des Dings angesagt. Muss auch sein. Ach, boh. Da ist noch mehr Kohle. Trinken wird überbewertet. Kann man auch mal für acht Stunden ausschalten? Ja, ich habe jetzt seit sechs Stunden nichts mehr getrunken. Äh... Ja? Ja. Was denn? Das mache ich aus dem Wenden in der Pause. Nö. Aber machen wir weiter. Dafür ist doch ein LPT. Da kann der andere was sagen, während man was trinkt. Das ist der Vorteil. Oh, Uran! Redstone. Das gute Redstone oder das Standard-Redstone? Das rote Redstone. Mir wäre das blaue Redstone lieber. Achtung, Achtung, Achtung. Ich habe ein Feuerzeug in der Hand. Nein. Wir haben hier kein Hotel. Wieso? Hast du ein Hotel angezündet oder was? Insider. Naja, aber ganz weit weg. Ich wusste ja nicht, dass das durch den Portal noch durch das Portal geht. Hä? Ja, wir haben an so einer Letzt-Show-Welt mal gebastelt. Und kurz bevor wir das Ganze dann aufnehmen und präsentieren wollten, haben wir so ein bisschen mit einem Portal-Plugin auf dem Server rumgespielt. Oh. Und da hat Roti mit eben so einem Portal und einem Feuerzeug das gesamte hölzerne Hotel abgefackelt. Oh. Okay. Das erklärt es natürlich. Ich habe es aber auch fast wieder komplett aufgebaut. Ach, scheiße. Ich wollte doch noch nicht da reingehen. Ich baue normalerweise nie so viel Kohle ab wie hier, aber das ist ja notwendig, weil man Diamanten braucht. Ja. Nicht Diamanten. Los, du. Ja. Aber Diamanten in erster Linie. Also ich habe was, das sieht aus wie Diamant. Nennt sich halt Appetite, aber... Ich will ein Loch stopfen und benutze dafür eine Fackel. Oh. Auch gut. Ich dachte schon, du benutzt Eisen oder Zinn oder so. Naja, damit könnte man zumindest Löcher stopfen. Das stimmt. Vorhin habe ich mal ein Loch mit Zinn gestopft. Ein Lava-Loch, weil es mir sichere erschienen und nachher habe ich nicht mehr daran gedacht und habe es wieder aufgebuddelt. Redstone. Ein Redstone-Erz. Wahnsinn. Immerhin. In der Zwischenzeit habe ich einen halben Steak Kohle gesammelt. Das geht ja langsam. Zinn. Haben wir auch das Befehl, ne? Nö, ich bin aber fleißig am Abbauen. Zinn habe ich 37 Stück dabei. Wow. Lecksbeck. Boah, hier ist überall Zinn. So viel Zinn braucht doch kein Mensch. Aber ein Let's Player. Redstone. Ach, Let's Player sind keine Menschen. Ähm, nö, ich glaube, das sind meistens Roboter. Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wort, das die meisten Synonyme hat. Geld. Finde ich so lustig. Wie viele Synonyme fallen euch für das Wort Geld ein? Wie zu viele. 739.226,5. Und ein Viertel. Komma fünf ist meistens ein Halb. Ja. Deshalb ja. Das wirkt dann noch ein bisschen interessanter. Wenn's dann auf einmal Komma fünf ist und dann nochmal ein Viertel ist. Hey, ich hab da Kohle zugebuddelt. Ich hab Eisen gefunden und ich hab Kohle gefunden. Ah ja. Auf dem Server hieß das, ich hab LP Dollar gefunden. Äh, LPO Dollar gefunden. Oh, die Creeper Arena musst du auch immer unbedingt machen. Mein Rekord steht bei Wave 22. Kein Interesse. Das ist lustig. Äh. Ich will Glowstone. Mit der bloßen Faust auf Creeper einhauen. Ich hab dem Gast umgebracht. Wie gesagt, wenn ich ne Composite-Weste kriege, kein Problem. Brauchst du nicht. Wenn du dich richtig anstellst, nimmst du dabei nicht mal Schaden. Ich hab euch doch vorhin sogar gesagt, wie das funktioniert. Ähm. Wenn ihr oben das Portal wieder anmacht, geht das hier unten auch an? Ja, normalerweise schon. Dann müsst ihr mal bitte oben anmachen. Sonst komm ich nicht wieder zurück. Vielleicht ist auch bei uns noch, bei der einen unserer Seite noch an. Und wir müssen einfach nur durchgehen. Oder so. Aber ich bin grad... Äh, ich bin grad etwas weit unten. Frage, was machst du in der Hölle? Ja, was wohl? Glowstone abfahren? Alter. Kannst du 10 Minuten nichts merken? Wah! Uh, Leg Spike in dem Moment, wo ich über eine Lava-Grube springe. Kommt gut. Und dann werde ich von einem Skelett beschossen werden, sollte man dazu sagen. Oh, ich hatte jetzt schon Angst um mein Leben. Und die ganzen Ressourcen. Die knappen 3-Stack-Kohle. Bist um etliches wichtiger als dein Leben. Hast recht. Ja, da ist ja nichts. Das Leben, das kostet ja nichts. Nur die Ressourcen. Und das Zinn, die Kohle, das sind drei Diamanten, die ich dann verliere. Und das kann ich ja nicht machen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Nicht so wirklich. Wir haben zu viel Material schon verlauern. Das ist Lapis. Oder verschwende. Lapis! Lazuli. Gut, dass ich dir kein Labpack gegeben hab. Das Zeug gibt's ja noch. Das hat dir ja Rute gegeben. Hm? Ja, ja. Nur so. Mal abgesehen davon ist mein Bedpack gerade leer. Und ich hab Gold gefunden. Äh, wie viel? Null. Bis jetzt. Sechs Golderz. Ich hab auch hier Gold, aber ist leider ein bisschen Lava-mäßig zu. Na? Achso. Ich wollt grad sagen. Wenn der jetzt weggeglischt wäre, der Rucksack, dann hätte ich Vandala gemacht.